was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal no time ma conor mcgregor konnte es natürlich nicht lassen auch darauf zu reagieren was mit charles olevada dem main event und den titel im ufc leichtgewicht passiert welchen conor mcgregor ja im jahr 2016 damals getragen hat freunde das ist wirklich eine sehr interessante sache viele von euch haben mich auch schon darauf aufmerksam gemacht dass mich auch ein bisschen zum nachdenken gebracht hat ob diese sache nicht irgendwie ja auf irgendeine art und weise von der ufc vielleicht geplant ist und ja warum ist das der fall ist wirklich eine sehr sehr plausible erklärung eigentlich sie wollen charles olevada nicht als champion haben ja und das natürlich auch auf der einen art und weise ein bisschen schade weil sie natürlich wir wissen es dana white will einfach amerikanische champions in der ufc haben das ist einfach ein fakt das gleiche hatte damals halt mit michael chandler getan ja michael chandler ist die person die von dana white geholt wurde vom bellator ja dann hat er sein debüt gegeben gegen den hooker sehr sehr atemberaubend da war dann der top 6 hat dann direkt einen titelkampf bekommen gegen charles olevada einfach aus dem grund weil justin gage zuvor um den titel gekämpft hat ja und dann war halt die erklärung da er wollte miche chandler gewinnen lassen einfach aus dem grund weil er amerikaner ist weil ein fan favorite ist weil die kämpfe gut verkaufen kann und weil er einfach englisch spricht charles olevada ich denke wenn er gut englisch sprechen würde und sich gut verkaufen könnte dann wäre das auch kein thema ja aber ist nicht der fall charles olevada performt einfach nur im käfig ja kein trash talk kein promoten der kämpfe oder sonst irgendwas und das ist dem ufc boss dana white natürlich ein domenauge und da ist der zeitpunkt corner mcgregor zurückzuholen weil der gürtel jetzt vakant ist einfach nur geisteskrank sind wir ehrlich einen perfekteren zeitpunkt und einen legitimen titelkampf für corner mcgregor bekommt man nicht mehr auf diese art und weise corner mcgregor könnte theoretisch wirklich als nächstes um den vakanten titel im leichtgewicht kämpfen ja wenn charles olevada gewinnt natürlich ja könnte im plot sein könnte sein dass da irgendwas gezinkt worden war ist natürlich schon sehr sehr weit hergeholt aber corner mcgregor sagte dass er auf dem weg ist um das main event zu retten mit charles olevada und dass er bald wieder in die usa kommt und natürlich ganz klar sagt hey der double champ das what the fuck he wants ja ich tue was ich will mystic mac wird wieder angreifen ich bin bald wieder in den usa und das gewicht ist scheißegal so insofern das perfekte drama was aufgebaut werden könnte für die ufc um titelkampf von corner mcgregor zu promoten ist einfach da es ist wirklich etwas was sehr sehr viele leute schockiert hat dieses ganze momentum und corner mcgregor kann einfach auf die welle springen charles olevada kann sagen hey ich habe jetzt drei mal meinen titel verteidigt ich bin trotzdem der champ egal was die ufc sagt oder egal ob hier ein gürtel ist oder nicht und ich will jetzt corner mcgregor haben ja er könnte es legitim machen zwei titel verteidigung was wenn man mehr corner mcgregor ist da ist zurück im training und dieser kampf wäre dann natürlich auch einfach sehr interessant in bezug auf das drama schreibt mir auch mal dazu in die kommentare freunde lasst gerne like und ab oder wenn es euch gefällt bis zum nächsten mal hier bei no time in may